hallo ja kennst du die frau die sich klein macht um andere zu erheben auch diese version lebt höchstwahrscheinlich in jeder von uns die frau die sich klein macht um andere zu erheben diese version ist sowas von herzens gefühlt denn sie möchte andere erheben nur sich klein zu machen um andere zu erheben und andere zu erheben und sich selber klein zu machen das ist so ein großer denkfehler ich war auch lange die frau die sich klein gemacht hat um andere zu erheben andere zu erheben damit andere wissen wie gut sie sind damit die anderen wissen und spüren wie großartig sie sind so einfach es ist so einfach andere zu erheben aber es ist nicht notwendig sich selbst klein zu machen ja liebe frau vielleicht spürst du das jetzt ich war zum beispiel immer so bedacht mir lag das so am herzen dass jeder mensch wie jetzt auch noch jeder mensch weiß wie großartiger ist aber ich dachte ich kann es nur weiter geben zeigen unterstützen die großartigkeit den anderen indem ich den anderen erhebe auf ein podest erhebe und mich klein machen und wenn das jetzt mit dir resoniert und situationen auch die in die aufflackern erinnerungen an situationen wo du das gemacht hast wo du andere erhoben hast und eigentlich ohne es zu merken die gleichzeitig selbst klein gemacht hast minimiert hast das ist so ein automatismus der uns immer wieder begegnet und widerfährt weil wir irgendwelche bedingungen dran geknüpft haben dass wenn wir uns erheben dass wenn wir groß sind dass wir andere nicht erheben können das ist eine der größten lügen denn es genau anders und wir können andere viel besser erheben in ihre kraft bringen ihre wahrheit bringen wenn wir selbst dort sind und darum geht es bei der frau die alles hat eine mastermind die frau die alles hat die hat nämlich den überblick die frau die alles hat hat auch den überblick sie weiß wo sie steht sie weiß wo sie sich hinstellt und sie weiß wo sie die anderen hinstellt und sie weiß dass sie alles kreiert dass sie alles entscheidet dass sie die allmacht ist in ihrem universum und sie weiß dass sie die kraft hat alles zu verändern und alle dorthin zu bringen wo sie ursprünglich gedacht sind ohne sich klein zu machen ohne sich schlecht zu machen ohne sich zu vernachlässigen ohne wenig zeit für sich selbst zu haben ohne zu schuften ohne alles ins außen zu investieren die frau die alles hat sie kennt die wahrheit sie lässt sich auch nicht mehr erzählen was sie alles zu tun hat wie sehr sich verändern muss wie sehr sie vielleicht sich noch verbessern muss sie lässt sich all das nicht mehr sagen weil sie weiß sie ist die frau die alles hat sie ist die schöpferin ihrer eigenen realität und wenn sich im außen irgendetwas zeigt was sie klein macht was sie kritisiert was sie runter bringt dann weiß sie ja dass auch das eine kreation aus ihr selbst heraus ist und dass sie selbst das verändern kann und die frau die alles hat sie hat die tools sie macht das mit leichtigkeit es ist ihr neues normal ist sie weiß wie sie zu denken hat sie weiß wie sie die welt zu sehen hat die frau die alles hat sie steigt auf sie scheint und sie weiß ganz genau dass wenn es mal regeln 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 gibt oder schatten dass auch sie regen und schatten kreiert hat und sie weiß warum und sie weiß wie sie daraus noch höher aufsteigt und sie weiß dass das ihr aufsteige trampolin ist um sich noch in ein höheres bewusstseinslevel zu katapultieren die frau die alles hat die frau die alles hat die du bist die in dir wohnt die dich so sehr liebt dass du jetzt auch so sehr lieben komm in das mastermind die frau die alles hat wir starten am 5 am 20 märz also schon ganz bald early bird preis bis 15 märz 1800 euro statt 2200 euro nach dem 15 märz melde dich jetzt an es reicht ein e mail an patricia admiral feeling.com und wähle vip für dich wähle das beste für dich wähle eine mentorin für dich an deiner seite das wird nie wieder für diesen preis in dieser art und weise geben 500 euro für 210 minuten privates mentoring während und auch nach dem mastermind du entscheidest wie du es einsetzen möchtest du entscheidest jede frau die sich jetzt angesprochen fühlt muss sich jetzt anmelden weil es wird nie wieder geben so in dieser konstellation so zu diesem preis es ist mein herzensangebot für die frauen da draußen die jetzt hier bereit sind ich danke dir und ich freue mich riesig auf dich bis bald schreib einfach nur an patricia admiral feeling.com weil ich nicht weiß ob ich die anmelde seite schon aufgeschaltet habe wenn du dieses diese video hier siehst aber ich weiß sobald du dich anmelden kannst wirst du den anmelde link von mir bekommen per e mail wenn du mir geschrieben hast ich bin dabei und somit dir den early bird gesichert hast danke und bis bald tschüss tschüss